Miss Manning? Ja? Ed Kiel. Ihr Mann hat mich gebeten, ihr das Haus anzusehen. Ja, kommen Sie rein. Ich finde, Sie sollten mal renovieren. Blau macht sich immer gut. Ich mag blau. Schöne, hohe Decken. Hi, ich bin Ed. Ich bin Sui. Du machst Hausaufgaben. Sehr gut. Wie alt sind denn die Geräte? Alt. Aber der Kühlschrank funktioniert großartig. Ich meine hin und wieder gefräter Salat ein bisschen, allerdings nur, wenn man ihn zu weit nach hinten schiebt. Dagegen sollten Sie aber was tun. Gegen den Kühlschrank? Nein, gegen die Unordnung. Am Kühlschrank sind zu viele Magneten. Und Sie sollten die Aufkleber abkratzen. Außerdem ist an den Wänden viel zu viel Zeugs. Aber das sind doch meine Bilder. Ja, die sind doch sehr schön, Mäuschen. Aber die Interessenten wollen glatte Wände sehen. Interessenten? Moment mal, entschuldigen Sie, Sir. Sie sollten das Parkett mal abziehen lassen. Mr. Kiel, entschuldigen Sie. Ed, ich bin etwas verwirrt. Ich dachte, Sie wollten das Haus nur schätzen. Nein, das macht ein Sachverständiger. Sie sind kein Sachverständiger? Nein, ich bin Immobilienmakler. Es muss sich um ein Irrtum handeln. Nein, nein, ich komme nur immer zu früh. Kamin im Schlafzimmer. Wirklich sehr schön. Hallo? Hey, Jake Manning. Ed Kiel. Na, was denken Sie? So über den Daumen gepeilt, ungefähr, meine ich. Ja, genau so eins habe ich gerade in der Edgeworth verkauft. Für 345.000. 345.000? Kommen Sie, es muss viel mehr herzeigen. Ich bin noch nicht fertig. Aha, na dann. 345.000. 500 Dollar. Das ist daraus geworden und der hier gibt umsonst eine Schöpfung. Das hast du nicht vereinbart. Daddy, er ist schrecklich. Er hat gesagt, dass ich die Bilder abnehmen soll und er hat mich neustig gedacht. Na komm, reg dich nicht auf. In fünf Minuten ist er weg. Wie wär's, wenn du mich fragst oder mir wenigstens Bescheid sagst? Dann sag ich dir jetzt Bescheid. Morgen komm ich mit jemand anderem. Ist das Kooperation? Könnten Sie versuchen, sich klar auszudrücken? Ich möchte feststellen, dass wir für das Haus schon eine Schätzung haben. Das war aber kein Gutachter. Und darum wollte ich von drei Maklern Angebote für das Haus einholen. Heißt das jetzt, wenn ich das Ganze zweimal durchmachen muss? Nein, sei einfach nicht da. Geh doch mit deinem Freund spazieren. Oder sonst was. Ich werde sie rumführen, okay? Entschuldige mal, ich werde nicht zulassen, dass Fremde durch mein Haus gehen, während ich nicht da bin. Nein, das ist unser Haus. Unser Haus. Ich bezahle die Hypothek schon vergessen? Ja, wenn dir danach ist. Oh ja, ich hab mich bei der Zahlung ein paar Mal verspätet. In Ordnung, können wir jetzt... Er kann das nicht einfach so durchziehen. Er muss das vorher ankündigen. Lilly hat recht, wir hatten eine Schätzung vereinbart. Was wir hier tun, kostet uns 350 pro Sitzung. Der Sachverständige kostet 500 und ich achte nun mal aufs Geld. Gut, das sollen Sie auch. Also gut. Wir müssen eine zweite Hypothek aufnehmen, damit ich das Restaurant eröffnen kann. Und das so verdiente Geld fließt wiederum ins Haus. Könnten wir es vielleicht trotzdem mit den Maklern versuchen? Wir werden ja sehen, ob es hinkommt. Ob es mit den Zahlen so hinkommt und sollten wir noch eine Schätzung brauchen? Okay. Was halten Sie davon? Ich will aber alle Termine vereinbaren. Bitte, wieso nicht? Ich will nicht nach Hause kommen und eines Tages ein Zu-Verkaufen-Schild in meiner Vorgarten sehen. Oh, das ist doch alles nicht wahr. Das kann Jake nicht machen, Lilly. Das kann er nicht? Nein. Ah, nein. Es darf auf keinen Fall Vermögen ohne die schriftliche Zustimmung der anderen Partei übertragen, belastet oder verkauft werden. Es wird kein Verkaufen, Übertragen oder Belasten geben. Wie steht es mit dem Wirtschaftsprüfer? Ich habe noch nichts erreicht. Jetzt hör doch auf, Lilly. Ich habe ihn angerufen, okay? Der Kerr verlangt einen Vorschuss von 3.500 Dollar. Darüber kann nicht verhandelt werden, Jake. Sie müssen das erledigen. Sie können ihn jetzt von hier aus anrufen, aber dann würden Sie mich dafür bezahlen, wie ich Ihnen beim Telefonieren zusehe. Na gut, ich rufe ihn später an, okay? Sagen Sie ihm Bescheid, Michael? Natürlich. Ich werde Sie jetzt zu seinem Büro bringen, dort können Sie es sich bequem machen. Haben Sie was zu trinken? Ja. Entschuldigen Sie die Sache mit dem Ausweis, Mr. Sender. Ja, hallo, hat er hier. Wir wussten nicht, dass Sie kommen. Könnte ich bitte den Wachschutz sprechen? Wow, ich habe es dir ja gesagt. Und das sind nur die provisorischen Geschäftsräume? Ja, nur für die Übergangszeit. Was machen die überhaupt? Äh, Firmenprofile. Ja, sowas ist quadratmeterintensiv. 12. Jahrhundert. Wissen Sie, wie schwer es ist, dafür zu sorgen, dass eine Klinge über 800 Jahre lang rasiermesserscharf bleibt? Miles Rentell. Und wer sind Sie? Rick Samler. Ich bin Davids Partner. Ja. Wie geht es Ihnen, David, mein junger Freund? Und? Ein Mann hat fünf Jahre seines Lebens darauf verwendet, dies zu erschaffen. Und 32 Generationen haben ihn ununterbrochener Folge darüber gewacht, dass kein einziger Kratzer und auch kein Rostfleck die Vollkommenheit stört. Dieser Stahl wurde tausende Male übereinandergelegt, um ihm seine Flexibilität zu verleihen. Ja, und doch wurde die Schneide aus einem ungewöhnlich harten Stahl geschmiedet, wie Sie sich denken können. Miles ist ganz gerne ein bisschen avantgardistisch. Aber nie unflexibel, hm? Mein Freund David. Tja, Miles, wir wollen natürlich, dass Sie zufrieden sind. Und ganz egal, wie aufwendig es ist, unsere Aufgabe als Architekten besteht darin, die Schnittstelle von Form und Funktion aufzuzeigen. Mr. Samler, ich nehme an, dass David Ihnen von unserer dialektischen Auseinandersetzung erzählt hat. Wissen Sie, ich denke, dass Sie ganz einfach auf einen imposanteren Entwurf aus sind. Sie denken, ich bin nur auf einen imposanteren Ent... Ach, du große Gott. Was glauben Sie, warum wohl wünsche ich mir ein imposanteres Design? Um vielleicht der Rolle gerecht zu werden, die Ihre Agentur in der Welt der Werbung spielt? Aha, also um mein Ego zu Bauchpinseln. Nein, nein, meine Eitelkeit ist ausreichend befriedigt. Miles, was wir Ihnen vorschlagen wollen... David, womit verkauft man Produkte? Mit Scham. Der Zweck eines Werbespots beispielsweise besteht darin, den Betrachter so unzufrieden zu machen, dass er alles tun würde? Um das zu ändern. Und ich muss dasselbe mit meinen Kunden tun. Die Manager der größten Unternehmen auf dieser Welt müssen in mein Gebäude kommen und das Gefühl haben, dass ihre Bemühungen ohne mich zwecklos sind. Ja, und dazu brauche ich ein sehr imposantes Gebäude. Vielleicht sowas wie Speers Entwurf von 37 für den neuen Reichstag? Ja, wie der Reichstag, ganz genau. Vielleicht nur ein wenig gefälliger, verstehen Sie? Das dritte Reich mit ein bisschen schick. Es sei denn, Sie sind der Meinung, ein anderes Architektenbüro eignet sich eher für diese Aufgabe. Nun, wir kennen ja jetzt Ihre Vorstellungen. Ich denke, wir könnten uns was einfallen lassen. Etwas Verblüffendes? Denn genau das brauche ich, Gentleman. Und nichts Geringeres. Verdammt. Dad? Ja? Ich kann die Schultelefonliste nicht finden. Ich muss Grace wegen der Fremde anrufen. Wie ist die Nummer? Was? Weshalb musst du anrufen? Ich arbeite an einem Aufsatz und ich muss Grace Manning etwas fragen. Es ist, es ist wirklich wichtig. Oh, da ist sie ja. Hallo? Ähm, hi, Grace? Nein, hier ist Lily. Wer ist da? Eli. Samler. Einen Augenblick. Mom, wer ist es? Es ist für dich. Hallo? Hi, hier ist Eli. Oh, hi. Warte mal, ich gehe ans andere Telefon. Ich auch. Ich gehe in mein Zimmer, also leg auf, okay? Dad, ich gehe nach oben, legst du auf? Natürlich, ja. Gut, okay. Mom, leg auf! Okay. Okay. Hallo? Hi. Wow, das war ja irgendwie... Ja. Gut, also, ähm, es, es gibt ja etwas, das ich überhaupt nicht verstehe, ja? Und? Hat er seine Mutter umgebracht, ja oder nein? Hat er nicht, aber... Also nicht, das habe ich auch gedacht, aber wieso tun alles so, als ob er es getan hätte? Ach, naja, als seine Mutter starb, da hat er nicht so reagiert, wie er nach Ansicht der Leute hätte reagieren sollen. Und deswegen haben sie ihn verurteilt. Sie haben die sonst übliche Reaktion erwartet. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn Leute sich scheiden lassen, ist das genauso. Wie meinst du das? Naja, wenn die Eltern sich scheiden lassen, dann ist das so, dass die meisten sich wundern. Dass man sich nicht aufregt und dass man nicht weint. Ja, ich weiß. Es ist merkwürdig, aber ich kann es einfach nicht zeigen. Jedenfalls nicht so, wie es alle von mir erwarten, weil es mir einfach nicht... Du weißt schon. Real vorkommt? Und fängt es an, real zu werden. Ich weiß nicht genau. Vielleicht nie? Ich weiß nicht genau. 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 Ich weiß nicht genau.